Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Sibi und ja, die Tastatur muss ich mal ein bisschen sauber machen, fällt mir gerade auf. Und ja, die Schüssel kennt ihr, die Tattelchen auch, das heißt, ein Gewinnspiel wird heute aufgelöst. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber es ging leider situationsbedingt leider nicht. Und ich habe schon zweimal aufgenommen und zweimal gemischt, also ihr müsstet mir jetzt einfach glauben, dass ich jetzt zweimal gemischt habe. Und ja, ich meine, es haben glaube ich 18 Leute ungefähr mitgemacht oder so. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe jetzt nun die 500 Abonnenten leider nicht geknackt, aber sieben Abonnenten fehlen halt nur noch. Und ich denke mal, das sollte eigentlich klappen. Und ja, ich ziehe jetzt einfach mal zwei und ja, wir nehmen einfach mal so hier ein bisschen den und den ziehe ich. Guck mal, da hat sich einer für den anderen. Den lege ich erstmal zur Seite. Und hier seht ihr, kleiner Wutanfall, weil ich was bei Zundinwegas machen wollte. Es hat nicht geklappt. Im Nachhinein war das so dämlich, dass es doch geklappt hat. Blüderweise, aber naja, egal. Gut, ich fokussiere mal hier so. Okay, das ist auch sehr schön. Und dann mache ich nochmal den hier so. Also ihr müsst halt auch, guck mal, wie nehme ich denn jetzt? Ich nehme jetzt nochmal so und nehme jetzt den. So, gut. Ja, da seht ihr auch ein kleines Löch. Das wollte ich eigentlich verstecken, aber ja, kleiner Wutanfall. Aber gut, egal. Habe ich ja gerade versucht hätte. Also wir haben jetzt zwei. So. Und diejenigen gewinnen jetzt jeweils eine 10 Euro Passive-Karte. Und der erste Gewinner ist... Ui! Flo Wunsch. Und der zweite Gewinn ist... IG. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, wir schreiben auf Discord und dass wir das dann, den Code, aushändigen können. Also herzlichen Glückwunsch. Und der nächste Gewinnspiel, das genießte Gewinnspiel, wird auch am 15.11. stattfinden. Also ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und bis dann, euer Sebi. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.